Was das Thema Unfälle angeht, ist das Team natürlich gerüstet und weiß, okay, wann das Täter kommt, was man für einen Plan hat, auf welchen Plan man umschränkt, aber natürlich geht bei den Jungs im Kopf natürlich auch um, was hier am Freitag passiert ist. Ich habe viele, viele Verbremse und du weißt, wenn du einen Verbremse machst, stehst du in den Notausgang und bist du das Auto wieder rückwärts raus, wann du dreht hast, wenn du ihn getreten hast, verlierst du 20 Sekunden, dann ist das Rettung wieder gelaufen, also die wissen alle, heute ist es ein Rettung, wir schauen noch mal an, und auf der Maske abbrechen. Was los, Amara? Oh, Willmi, die sieht doch noch fertig aus, ne? Das wird schon wieder, hm? Das wird schon wieder. So, wo sind die anderen alle? Da hinten liegen auch noch welche. Ich gucke mal jetzt nicht. Ich denke, es war jeder überrascht, wie der Mercedes dann nochmal da auflegen konnte, aber ich glaube, man darf zwar nicht überall interpretieren, wenn man dann wirklich hier eins wird mit dem Auto gerade auf der Strecke wie hier, dann holt man noch da nicht viel Zeit lang. Der Friedsaal keine Chance, trotzdem wieder hinten anstellen, lässt er sich kaum etwas abmachen. Überhaupt in dieser Situation zu sein, ist schon positiv genug. Für uns ist das ein Riesenerfolg. Da müssen wir natürlich nicht damit an nichts zu gehen, aber ein Riesenerfolg, dass die noch mitgehen zu können. Ja, das haben wir.